Wie man aus seinem Xiaomi Pad 5 einen gelungenen Computer macht und warum diese beiden Helfer gar nicht so uninteressant sind, das möchte ich euch heute in diesem Video verraten. Also bleibt dran, mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Wie immer, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Ihr seht hier schon meine Helfer, auch aus dem Intro. Wir haben ein Magic Type Cover und nochmal ein Xiaomi Pen, der dann exklusiv für das Xiaomi Pad 5 ist. Ich habe das Ganze ja schon mal in einem vorherigen Video getestet. Meine Eindrücke dazu findet ihr dann hier oben irgendwo. Und diese Produkte wurden mir dank Trading Jensen zur Verfügung gestellt. Das hat allerdings keinen Einfluss auf meinen Eindruck der Produkte. Doch ihr wolltet unter anderem auch wissen, wie kann ich denn jetzt aus dem Xiaomi Pad 5 einen Computer oder zumindest einen Laptop-Ersatz machen. Und das ist relativ einfach, denn unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu der APK. Die APK ist eine App, die ihr euch dann nicht offiziell im Playstore runterladet. Ihr müsst allerdings keine Angst haben, dass ihr euch darüber einen Virus zieht, wenn ihr unten diesen Link in der Videobeschreibung nutzt. Wenn ihr diese APK runtergeladen habt, installiert ihr sie einfach. Danach wird euer Tablet einmal neu gestartet und schon gelangt ihr, nachdem das Tablet wieder hochfährt, in diese Desktop-Version. In den Grundzügen erinnert mich das Ganze dann doch sehr stark an Windows 10. Das ist nicht negativ gemeint, sondern eher positiv. Ich habe mich sehr, ja, geborgen gefühlt mit der Suchfunktion. Ihr könnt die, ja, Akkuleistung angezeigt bekommen. Alles Mögliche, auch mit unterschiedlichen Fenstern. Fand ich echt cool und muss ich sagen, ist für mich dann ein weiterer Grund für dieses Xiaomi Pad. Denn dadurch ist es mehr als nur ein Tablet. Und wenn ihr dieses Tablet auch darüber hinaus wirklich gut nutzen möchtet, braucht ihr vielleicht eine solche Tastatur. Denn die Original-Tastatur von Xiaomi hat 62 Tasten. Hier in dem Fallen der chinesischen Version ist einfach das Z und das Y getauscht. Dafür spart ihr aber dann sehr wahrscheinlich, wenn die offiziellen Preise dann auch für die deutschen Produkte bekannt sind. Das Ganze wird dann magnetisch gehalten. Heißt, das Tablet ist magnetisch in dieser Hülle dann drin. Es rutscht nicht. Und wenn ihr es dann nach vorne einklippt, verbindet direkt das Tablet mit der Tastatur. Und schon könnt ihr anfangen zu schreiben. Die Druckpunkte sind gut gewählt. Es ist jetzt aber auch keine Innovation. Also Xiaomi setzt hier auf etwas Altbewährtes, das auch gut funktioniert. Klappt man das Ganze dann wiederum zu, seht ihr, von außen ist die Hülle sehr edel gehalten. Für mich hat es sich schon hochwertig angefühlt. Und ich hatte jederzeit das Gefühl, dass mein Tablet auch geschützt ist. Natürlich könnte man jetzt die Kritik äußern, dass die Ränder ja frei liegen. Dafür habt ihr aber auch den Vorteil, weil das Ganze magnetisch gehalten wird, dass ihr euer Tablet nicht nochmal in diese Clips reindrücken müsst. Denn auch hier kann es oft zu Mikrokratzern kommen. Und wenn ihr dann ja euer Tablet nochmal erweitern möchtet und wirklich zu den Kreativen gehört, so wie ich es mir auch mal zugetraut habe, dann ist für euch vielleicht der Xiaomi Pen, so heißt das Ganze, nochmal interessant. Denn damit könnt ihr wirklich kreativ arbeiten. Wenn ihr den Pen einmal oben aufladet, bekommt ihr dann mit 2 Minuten 20 Minuten Leistung nochmal, falls das Ganze leer sein sollte. Insgesamt hält das Ganze aber auch 8 Stunden. Wir haben hier zwei Tasten nochmal an den Pen selbst mit dran. Der untere dient dazu, direkt ein Dokument zu öffnen, um sich dann kreativ zu betätigen. Mit dem oberen Knopf könnt ihr dann einen Screenshot erstellen und den dann auch nochmal bearbeiten. Dadurch, dass das Ganze magnetisch ist, wie gerade schon gesagt, wird es dann immer wieder am Tablet aufgeladen. Das finde ich jetzt echt eine gute Möglichkeit, denn wenn ihr das Type Cover zuklappt, habt ihr alles direkt beieinander. Was dann so diese Abtastrate angeht, das gefällt mir auch sehr gut. Ich hatte nicht das Gefühl, eine Verzögerung zu haben, denn das ist oft ein Kritikpunkt, wenn man mit einem Stift arbeitet, dass man dann hier immer so diese Verzögerung hat und dass der Buchstabe erst kommt, nachdem man schon beim nächsten Buchstaben angekommen ist. Auch das ist hier nicht der Fall. Das Ganze kostet 87 Euro bei Training Jensen. Ich glaube, das ist ein Produkt ohne Einschränkung, denn schreiben könnt ihr selbst. Also hier wird kein Y mit einem Z getauscht, wie wir es bei der Tastatur haben. Jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Findet ihr, dass man wirklich ein Tablet auch als Computer nutzen kann oder sagt ihr, hey, das sind für mich zwei komplett getrennte Bereiche? Ich möchte auch gar nicht, dass wir hier eine Crossover-Version haben. Schreibt es gerne mal unten in die Videobeschreibung. Wie immer sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht es gut. Bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Euer Smartphone-Blogger. Ich mache natürlich auch zum Beispiel die Dachauber. Ich höre mir vor drei Eier